Die ganze Zaun Hab den eben schon gesehen glaub ich Stand vor der Tür und so Nein, kommst du nicht rein Nee, da stand du vor der Tür nicht und denkst du so Irgendwem will ich schlagen Irgendwem will ich schlagen, wie mach ich die Tür auf und dann geht er weg Und er greift die Tür richtig an Ja Und dann lauf immer weg In dem nicht, weißt du doch Das ist auch nicht Muss es hin, muss es hin Verarschen Was denn? Gaben Tür war's verschwunden Hi Centrus Hi Centrus geh mal bitte ganz hinten in den Eck an diese Öfen Und sag mir mal die Temperaturanzahl Ich bin so grad voll in der Hektik, weil Just Black Ja, kurz diskonnet Okay 7,110 Grad Alles klar, top Haben wir noch ein bisschen Zeit Hä? Wo ist das jetzt hin? Irgendwann ist einfach verschwunden Oh, da hast du es schon installiert Ja Centrus, toll Das ist verschwunden Einfach verschwunden Was denn? Ich hab keinen Inventarplatz mehr Nein, ich hab keinen Inventarplatz mehr Aber danke, ich weiß ja noch nicht wie die funktionieren Werden nicht reichen, ne? Wollen wir mal anschließen, das war's Werden nicht reichen Ne? Nein Wo ist das? Also ich muss die ganze Strecke hier Diesen Weg den ich grad mache Den muss ich damit auskleiden Okay Ähm, weil hier vorne Dieser Drain hinkommt Wo man sich draufstehen kann Und die Level direkt nach unten gehen Sehr geil Ja, das war Dings verschwunden Töp doch nochmal Vielleicht hört das wieder auf Hast du die Spritzen wieder reingetan? Was für Spritzen? Wegen den Effekten Oder hast du die ganz weg? Nee, ich brauch die Spritzen nicht Ich brauch die Spritzen nicht Ich brauch so fliegen jetzt Oh Ich kriege auch keinen Falsch an, weil ich In der Rüstung und so Alter Nein, tschüss Wisst ihr was nervig ist? Wenn irgendein Programm hier drauf ist Und einen richtig nervt Ja Was ganze halt ein Update haben will Jetzt muss ich wieder ein Tasten Das Problem hab ich nicht Ah ja, tschüss Programm Jetzt sieht man mich nur auf Im Spiel rum fuchteln Ja, beenden Cancel Cancel Mach mal hart ein Glas war doch mit Lead und Obsidian, ne? Ja Kann sein Komm mal hier Hier war doch noch Hm Hm Ähm Da ist noch Psydien drin So Und nur noch wie geht Ich hab so viel Copper, ich kann hier genug davon herstellen Flash Yay Ich weiß nicht wie viele das hier sind auf dem Weg Kann ich dir jetzt nicht sagen Eins, zwei, zwei, zwölf Jetzt hast du bei dir quasi 30 Stück hier Oh ja, alles klar Ich hab dir nämlich noch welche zugeworfen eben Stopp Ähm Dann lass ich jetzt hart ein Glas erstmal herstellen Und dann mach ich dir noch ein paar Vibes Naja, ich glaub 30 Stück reichen Ja? Aber egal, hart ein Glas kann man auch immer gut gebrauchen Reicht Reicht locker Wie gesagt, hart ein Glas kannst du gebrauchen Ja, kannst du So Jetzt guck ich mal nach heute Wie gesagt Den musst du einfach nur anschließen, die Dinger Wenn du das so sagst Reicht das schon Okay, das ist Nein, welcher Stone ist es dann? Welcher Stone ist es dann? Scheiße Boah, ich brech mir grad hier einen ab Welcher ist es denn? Mann, ich muss dieses Jetpack-Ding wieder neu graben Fick dich doch Mama Alles neu graben Draht Aber welcher Limestone ist es ganz ehrlich? Das ist trotzdem gekotzt Hier manchmal Mal Da hat es ja noch Limestone bei dir drin Mal gucken No, no 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 Chisel Ah, den Chisel hast du hergestellt Mach ich jetzt nicht Hm? Denn hier steht ein Limestone mit Chisel Hast du damals ein Chisel Stone hergestellt? Nein Nein Okay Die kriegst du manchmal auch so, wenn du abbaust und so Das Problem ist Ich brauche irgendeinen Stein Deswegen ist das Problem jetzt gerade Mhm Ach man, die auch nicht oder was? Doch! Melting Point aber 825 Ah jetzt, der ist es, alles klar Aber das reicht von der Größe her Und wie krieg ich den jetzt am besten hin? Aber irgendwie, ist das ein bisschen? Ah Warum ist das so Scheiße gebaut gerade? Weiß ich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jetzt war mal nicht schon das Scheiße, scheiße 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 6, 6 Ach warte mal, dann ist das der Top Geil Wenn das der ist, ist das Top schon mal geil 1, 2, 3, so Rein mit dir, rein mit dir Dann wird wohl Xandos nicht böse sein, wenn ich den Limestone daraus klaue Ich hab gesagt, ich bediene dich Okay Das hättest du jetzt nicht sagen sollen Jetzt ist er nämlich weg Haben wir die Essence? Mh, nein Oh Kannst du aber machen, wenn wir die brauchen Ist mir aber lieb, ähm Aber wie ist es eigentlich, wenn wir sie brauchen? Ich weiß ja nicht für was Dann machst du einfach Ja, ich wollte es nicht Brauch ich mir auch zur Wüste Ach, was ist denn deine Essence? Die Farben Ähm, warum? Brauchst du Farben? Ich Kaktus brauche, komm nochmal Ja, du hast mir einfach Ja Ich glaub, Kaktus hab ich bei mir noch drin Kaktus Green Ja, weil Xandos ja den Plan durchgemüßt hat Und ich lau wieder zurück So gut Ich sag so Äh, ich glaub ich hab Kaktus Green nochmal Und ich bin richtig geil so im Kreis gelaufen Ja, nur ruhig raus Ja, nur ruhig raus Ja, nur ruhig raus Ja, nur ruhig raus Brauch nur eins, kannst du ja mit nämlich halt Hast du noch genug? Da nur Ja, da ist Land Wo drin hast du, ist? Ich hab mich�elsystem Was ist drin? macht er nicht unsichtbar er hat nur geleckt ich höre dass ich dann habe ich dann die komischen blasen gesehen die verraten einen da unten weg da musst du ja noch was neues erfinden weil du siehst auf dem boden nämlich wo einer langläuft und nein ganz ehrlich das kaktus green habe ich schon verwendet gehabt ja hast du doch mir gegeben wie das in den wandern war eben ich kann durch nacht und tag schleichen wieder nicht reichen ja aber wir brauchen glas wir brauchen glas bin ich unten noch nein habe ich schon da kann ich nicht mit ihnen alles alles was wir unten haben warte mal also der kiste ist doch ich habe in der kiste habe ich fast alles raus da ist schon eine halbe doppel chest unten nein da ist jetzt nur ein stack drinne halbe doppel chest ach ja oder top alter ich habe mich gerade erschrocken alter ich meine auch dass wir noch was hatten aber weil wahrscheinlich einfach nur anschließen probieren was jetzt mal aus die schließt eigentlich nur an mir brauchst du nicht machen das problem noch gleich klappen aus ich habe ich habe ich habe ich habe mich darf nirgends so fehlen das ist echt so kaum sind wir wieder am zocken weiter dann fängt das an zu legen ja leck 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 nein das macht leck 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 so macht das leck 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 jetzt jetzt äh